Übrigens, das werde ich nicht haben. Ist mir egal, wie gut das sein soll. Da kann ich auch mal was machen. Ihr habt euch entschieden, ihre Marionette zu sein, obwohl die Macht eures Geburtsrechts euch zu einem Gott machen könnte. Du nervst. Wie läuft das Gott sein, Kull? Kein Grund, so abfällig zu werden. In Kürze werde ich diese Welt wieder beschreiten. Dann werdet ihr schon sehen, was ein Mephalen erreichen kann. Eine Archive liegen unter der Wüste. Möglicherweise genau unter dem Ort, an dem wir uns gerade befinden. Die Hora-Krinn konnten sie nicht zerstören. Sie konnten nur die Tour hinter ihnen verriegeln. Und ich habe noch immer die Wüste. Und warum sollte ich das tun? Wie kann ich das tun? Wie kann ich das tun? Wie kann man das tun? Wie kann ich das tun? Okay. Ich brauche mehr Zeit. Achion! 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 Ich glaube, die Explosion ist nicht wirklich sehr, sehr hilfreich. Weil den Rest brauche ich ja jetzt eigentlich nicht so sehr. Der Montag, Prisma! Bitte! Kann ich auch das da vielleicht? Oder auch nicht? Ja! Ja! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Sollte ich bei Diamantot bleiben. Aber das hier. Das wird mit einem umgehen. Ganz bestimmt. Und die Explosion. Kann man sich's mal recht überlegen. Oder das hier. Die vielleicht. Das ist so scheiß schwer. Ähm. Okay, warte mal. Den benutze ich was. Den benutze ich öfters. Den benutze ich eh fast nie also. Ähm. Dann kann ich hier an die Stelle. Ich brauche die Männer. Hier hin kommen. Dann die Explosion. Okay. Hier hin. Kommt die Diamant-Hauptnis Prisma. Und hier hin. Kommt das hier. Mit der Kana oben. Und hier hin. Und das hier mit Sabotage. So. Endlich. Aber. Wart mal. Explosion. Explosion. Explosion hat. Das hier dafür keine abgehend ist. Das kostet aber mehr. Da hab ich hier. Die. Ne. Ich mein. Hier könnte ich doch dann was anders hin tun. Was? Ja. Die Druckwelle wieder. Und dafür natürlich hier in die Frost. Oder. Die hier hin natürlich anstelle. Das. Gar ne? und es ist ich werde es auch besser die ganzen Zauberungsdienst also wisst ihr was sie haben langweilig ist langweilig ist und zu erinnern ich kann nicht alles scheißegal Es ist noch ungefähr 3 Minuten. Es ist noch ungefähr 3 Minuten. das ist ja eh sowas ähnlich wie jetzt eben die Äckte nur halt das ist ja auch eine die Äckte und da die Äckte und da nur halt das ist ja auch die Äckte das ist echt praktisch aber muss ich's machen hier? wurde geheilt ich brauche mir Zeit seht ihr? ich hab sie gar nicht angemacht was für ein Ring denn vielleicht der ist gut der ist gut auch schlecht der ist auch schlecht alle sind gut und schlecht Mamma 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 ich mag klein aussehen aber ich werde euch ganz schön weh tun falls ihr versucht mich zu bestehen bla 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 ich hör dir eh nicht ich wisst sie nicht ich muss ja netzplay da hat man keine Zeit so was zuzuhören und schaut mal wie viel ich jetzt schon habe 50 Mist das hier ist ja gut das 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 ist nicht so nervig ich weiß auch nicht wieso aber ohhhhhh ich bin hier die ganze Zeit so genervt und dann kann ich auch das hier abtun dieses mein Headset mhm die hier tut mir leid Leute aber ich muss jetzt gehen warte ich nehme noch schnell das hier ja ja ich muss gehen ja ich muss ich muss jetzt mal mit ich weiß nicht ich weiß nicht aber äh und schon ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ja weil ich ja weil ich dann kannst du das nicht doch mal schicken oder ähm echt das ist nicht so und ich mal mal weg na es tut mir immer noch weh na wo geht es nicht so 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 bis dahin bis zum nächsten gewinnt tschüss ups bis dahin bis zum nächsten gewinnt ich mag euch und ich hoffe ihr werdet mich abonnieren oder sowas oder ihr werdet wenigstens dieses Video guckt bis dahin bis zum nächsten gewinnt tschüss oh shit Frames oh gut warte mal ich muss die die ihr habt jahrelang nach schnell doch sieht ihr für euer alter so gut aus Adria wie alt seid ihr denn genau was ist das ist hat man nicht mal gedacht Ich kaufe was im Auktionshaus ein und höre schnell. Ich habe mir gedacht, ich mache das mal so. Oh, shit. Dann habe ich mir gedacht. Für jeden Fall eine Essenzen. Ach so, ich habe kein Geld. Leorix Schienbein, das habe ich auch schon. Seht ihr? Ich habe jetzt auch schon den schwarzen Pilz. Leorix Schienbein habe ich jetzt zweimal, weil ich einem Freund dabei geholfen habe, das zu finden. Oh, Mensch, ich gucke Geld. So, und schau mal, das habe ich mir ein Auktionshaus gekauft. Das ja auch. Ja, das hier. Sitiert. Ist zwar weniger Gold und so weiter, aber ist schon fliegende. Mit Bewegungsgeschwindigkeit und so was. Hier, das hier benutze ich für mein anderes, weil ich habe einen Barbar, aber der hat nicht so gute Ausrüstung. Ähm, so. Seht ihr, habe ich mir aufgekauft. Mhm, seht ihr. Kane, Kane. Oh, ja. So. Ähm, das hier werde ich natürlich auch bald anlegen, aber seht ihr, ist erst ab Stufe 23. Das andere ist schon ab der nächsten Stufe. Ich habe jetzt den anderen genommen, aber das auch nur... Äh, ich weiß gar nicht mehr. Wieso? Setzen wir es mir dann nochmal rein. Shit! 22 Frames. Null! Ihr seid wirklich interessant, nicht wahr? Ich frage mich, ob eure Freunde wissen, wer ihr wirklich seid. Was wollt ihr damit andeuten? Oh, mit der Zeit wird sich alles klären. Mit der Zeit. Boah, das ruckelt. Boah, das ruckelt. Wartet mal. Bis dahin, ich bin sofort wieder da. Da bin ich wieder nach einer kurzen Auszeit. Ich hoffe, dass es jetzt besser wird. Ja, bitte. Oh, shit. Neu Frames. Hier Frames. Wartet kurz, bin gleich wieder da. Frames haben sich nicht verschuldet. Da bin ich wieder. Scheiße, Mann. Überflutete Höhe, aber da waren wir schon mal drin. Also ist es mir scheißegal. Das scheint mir zu schön, um wahr zu sein. Nein, das hier ist ja auch nicht schön. Ich sowieso. Ich bin verwundert. Ich hab doch drei gegrüßt. Das ist alles nur wegen diesen blöden Scheiß-Ruckel-Attacken. Wegen nichts anderem, nur wegen diesen blöden Scheiß-Ruckel-Attacken. Das ist schon fast eine richtige Ruckel-Attacken. Ich bin verwundet. Halt mich. Teleportend. Teleportend. Aber kein Wunder, ich bin ja auch wirklich überhaupt nicht stark. Seht ihr? Ihr seid mehr wie euer Onkel, als ihr geglaubt habt. Vielleicht. Aber es gibt wohl bestimmt Bücher, die den schwarzen Gehirn steigen. Yesss. Sie hätten ihre Beutel sorgfältiger wählen sollen. Ich geh jetzt vor kurzem da rein. Schnell! In den Sturm! Schaut uns keine Ruhe! Du hilf doch, jemand! Mehr Atomkraft! Oh, vielen Dank. Ich dachte schon, ich wäre ein toter Mann. Ich habe Abfall aus den Aquädukten gesammelt, damit er unsere Wasserversorgung nicht verdirbt. Die Arbeit wird nicht gut bezahlt, aber man findet jede Menge Verkäufliches. Schaut es euch mal an. Ach, wenn ich mir das doch alles nur leisten könnte. Und wie soll ich denn wissen, wo ich jetzt schnell... Auf jeden Fall weiß ich, dass ich hier unbedingt wieder zurückkommen muss. Weil hier richtig gute Bilder sind. Schnelltruhe, Mann! Ich möchte euch nicht überlegen. Ich habe gerade vergesst. Ich habe gerade vergessen. Ich habe ihn von mir gespürt. Ich habelung, dass ich ihn von mir gespürt werde. Schiff! Boah, das ist so... Scheiße! Oh! Eggflow! Jetzt... Wisst ihr, was man immer machen muss? Also wenn man die ganze Frau sagt... ...und... ...wenn mal richtig sauer seid... ...also, oder wenn ihr jung seid... ...und wenn auch ein Freund richtig sauer ist... ...dann gibt aus ihm das Rituals-Mautium... Eeeh... Oh, was ist das? Ein Verspürungsstein... Oh, dann krieg ich vielleicht nochmal dieses seltsame Säbel mehr... Den Schrein aus Steinen zu zerstören wird ihr verdrehtes Ritual... Ja, jeder... Ich war für Heilung! Shit! Ich bin im Flug gefallen! Jetzt... Im Flug gestorben, meine ich... Gefallen, wie sie denn das heißen... Ich vermisse es mit Onkel Deckard nach verloren gegangenen Artefakten zu suchen... ...obwohl es nicht immer ungefährlich war... Ich kann gar nicht zählen, wie oft ich ihn vor einer Armee aus Skeletten wegzerren musste... ...weil er irgendeinen staubigen alten Wandteppich anstarrte... Ich bin aber schnell in die Suche gekommen... Ich brauche mir Zeit... Jetzt habe ich wieder diese... Diese... Ich brauche... Ich brauche... Ich brauche... Ich brauche... Das ist... Das ist... Ist... Gart schön... ...teuer... ...säuch' jetzt mal so... Ich kann das super verkaufen... der hier ist Kostens die Kostens Shit! Ja! Das war echt das. Shit! Derwisch! Ein Dervisch! Ich lebe wieder! Ich hab euren Teil eingehalten! Die ganze beiden Teil nicht! Oh! Jetzt hab ich ja schon das ganze von Zolltoten cool verraten! Scheiß, jetzt hab ich auch noch verraten! Ihr werdet die Aquadufte nicht beteilten! Mein Meister, Belial, verlangt mal im Blut! Der denkt doch eh, dass der uns locker besiegen kann. Wieso verhindert der? Oh, alte Wasserstraße! Oh, alte Wasserstraße! Shit! Shit! Lex! Eine Geheimtür hinter einem Wasserfall versteckt. Wie ver... Tassi voll! Hallo! Och ne, ich weiß nicht, wie ich das eingeschaut habe! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht, wie ich das eingeschaut habe! Oh, nein! Seid ihr tot? Wenn ihr tot seid, schlaft es einfach! Hier da draußen! Seid ihr noch am Leben? Oder sind es die Monster? Ja! Vielen Dank für die Befreiung! Ich selbe! Also, ich glaube, ich hab das hier schon mal gemacht! Wie unhöflich von mir! Ich habe vergessen, mich vorzustellen! Ich bin der habgierige Shen! Seid ihr von euren Feinden so genannt worden? Was? Ich habe keine Feinde! Alle lieben Shen! Du bist echt nervig, Shen! Ich kann mir nicht erklären, warum ein junger Partner mir eins über den Zähne gezogen und mich hier drin eingeschlossen hat! Ohne einen sachkundigen Führer ist dieser Ort erst gefährlich! Und damit wollt ihr behaupten, dass ihr solch einer seid? Allerdings! Ich könnte euch fünfmal um die ganze Welt führen, ohne mir auch nur den Zähne zu stoßen! Ja, solange ich dich beschütze, du! Der ist so nervig, ey! Ich dachte, ich hätte gerade mal angefangen, aber davon bin ich genervt! Das kann man der Welt ja nicht antun! Was für ein faszinierender Ort! Schaut euch nur all diese wunderbare an! Schnell, ich muss den anderen doch reden lassen! Ihr könnt die ganze Welt bereisen und nichts Vergleichbares finden, bis auf diesen Teil! So etwas habe ich schon einmal woanders gesehen! Wie habt ihr von den Seelensteinen erfahren? Ich habe viel Zeit mit ihnen verbracht! Fick dich! Fick dich! Oh du Scheiß, listen for talking! Fick dich! Wir haben uns doch nicht verlaufen, oder? ich hatte ihn gewahrt du hattest mich gewahrt du Schuhe wortel oh ja mein kleiner Gewinn mein kleiner Gewinn der interessiert mich aber du du bist so toll du interessiert mich immer auch nicht echt nervig wir haben gerade Besuch von ein paar französischer Sprache ich habe noch ein schneller war Reinhardt sollte nun sicher sein die Diener mach ich ja bla 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 schnell ich muss das alles übertonen damit ihr nicht so genervt seid wie ich ich werde zurück in die Stadt gehen das ist mir doch scheißegal was du lernen musst ihr sind uns ähnlich ihr und ich aber diese anderen der gefallene Engel die Hexe sie benutzen euch für ihre eigenen Zwecke du bist so gut cool ich muss vor ihm fliehen wie läuft das gott sein cool kein grund so abfällig zu werden in kürze werde ich diese welt wieder beschreiten dann werdet ihr schon sehen was ein Mehlfalle erreichen kann du ja zum Beispiel ein Weltrekord im Reden aufstellen meine Archive liegen unter der Wüste möglicherweise genau unter dem Ort an dem wir uns gerade befinden die Horatrim konnten sie nicht zerstören sie konnten nur die Tür hinter ihnen verriegeln und ich habe noch immer die Schlüssel die ich habe jetzt gerade eine neue Aufmerksamkeit gemacht weil ich gerade bin ich glaube ich glaube nein ich meine Kopfhörer SHIT boah gut sag ich nicht Mit dieser Scheiße funktioniert auch gar nichts. Das ruckelt wie die Scheiße. Ha, jetzt geht's besser. Echt jetzt, ich habe auf 60 FPS gestellt. Nachher stell ich auch auf 100 FPS, wenn das dann besser geht. Auf jeden Fall funktioniert es schon besser. Das bleibt konstant. Leck mich! Leck mich einfach nur! Shit! Ganz vergessen. Erstens muss das dorthin. 30 ist vermisst. Oh! Leck mich! Leck mich! Leck mich! Leck mich! Leck mich!